Im Weltladen finde ich die Produkte, auf deren Herkunft und Erzeugung ich vertrauen kann. Hier weiß ich, dass Kaffee und Früchte aus biologischen Anbaustammen und frei von Pestiziden sind. Die Schokoladen sind zwar etwas teurer, aber für diesen Kakao mussten keine Kinder arbeiten und die Kaffeebauern wurden fair entlohnt. Bei vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs können wir mit Fairtrade-Produkten zu etwas mehr Gerechtigkeit in der Welt beitragen. Das könnte doch auch der Maßstab für Geschenke sein. Wir haben uns im grünen Büro entschieden, ein Fairtrade-Geschirr zu verwenden. Es ist uns wichtig, auch im täglichen Leben ein Stück mehr davon umzusetzen, wofür wir eintreten. Ein besseres Miteinander ohne Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Und damit wird sichtbar, dass jeder Einkauf zugleich auch eine politische Entscheidung ist. Es ist nicht egal, was wir kaufen und welches System wir damit unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017